Das ist besser. Ja. Muss ich jetzt auch drehen an der Kamera? Ja, schon. Verdammt. Willst du meine Sonnenbrille haben? Siehst du was? Ich brauche mir deine Sonnenbrille. Siehst du nicht mehr, wa? Besser, also auf dem Bildschirm kann man nicht so viel gucken. Aber ich glaube, es geht ohne Sonnenbrille besser. Ja? Mhm. Der war hier. Bitte? Der Hund ist doch auch wieder auf dem Platz. Der ist aber auch die ganze Zeit schon ruhig. Olli! 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 Willst du es machen? Ja. Ich hebe dich hoch. Olli! 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 Magdeburg beginnt das Spiel mit einem ersten Versuch zum 5 zu 0. So habe ich den Versuch vergessen zu filmen? Ops! Jetzt ist es plötzlich fertig. Olli! Woiembre! Ja, Sam twenty! Amen... O제 11! W Willi, gehst du mal bitte ans Auto und guckst. Denk auch mal bitte an. In meiner Tasche. Der Antritt geht ins Aus hinter dem Mahlfeld. Deswegen erhält Freiberg einen Freitritt. An gleicher Stelle. Und da ist er durch! Zieh! 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 Im Please 간 ass you are ready! Zweiter Versuch plus erfolgreiche Erhöhung, Magdeburg führt mit 12 zu 0. Die Beben! Weiter, 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 weiter! Lauf! 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 Na, Vera, was ist denn gehen? Der Gegenversuch von Freiberg wurde kurz vor der Mahllinie her durch einen Lauf und ein schönes Tackle noch verhindert. Freiberg hat jetzt einen Wurf in die Gasse. Wir beide haben einen.. Lauf, was ist denn die Gasse. Lauf! Lauf, was ist denn? Lauf, was ist denn? Das ist, warum ist dein Zeichen? Lauf auf dem Fluss? Da sind die Gassaden durch. Das ist das Hübschmer von Wilde. Den Lauf war dabei, der Böbelnie, der Böbelnie ist. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Du filmst morgen. Okay. Das ist ein bisschen nicht so. Das kannst du doch nicht so lange ankommen. Okay. Das ist doch nicht so lange ankommen. Okay. Das finde ich besser als die Höhe. Ja, besser als die Höhe. Entschuldigung. Hier oben kannst du ran und raus tun. Okay. Dann kannst du einfach so machen. Dankeschön. das ist die Fenster ein. Fogläge. Er ist nicht so klein. Letzt ab- Gleich liegt auf vom應該en Rêtre geht. Das frust Dr anonym. Das war nicht so. Klaue, 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 Klaue. Und Magdeburg erhöht mit einem weiteren Versuch zum 17 zu 0. Erhöhung nicht erfolgreich, Halbzeitstand 17 zu 0 für Magdeburg. Generation Technik. Das hab ich auch noch nicht gehört. Wurde man von meiner Engelslehre als verzogene Generation Technik bezeichnet. Was bin ich denn dann? Alt. Einfach nur alt. Ich wollt's nicht sagen. Vintage nennt man das bei uns. Vintage? Ja. Oder retro. Das ist total in. Das wird nicht passen. So, so, ich werd' mit dem Pause. Was ist das für heute? Magdeburg, mit einem weiteren Versuch, und nicht erhöht, damit Spielstand 22 zu 0 für Magdeburg. Ja, der ist der erste Rund, ja? Ja, der ist der erste Rund. Sie haben keine Kontakte, aber das ist der Grund. sehr schöne aktion hier wieder von magdeburg zum zwischenzeitlichen spielstand von 27 zu 0 aber wenn du die spieler nicht hast die dann noch rein aber wenn du die spieler nicht hast die dann noch rein das hat die beste Du bist da. Der ist da nicht schnell aus. Der ist da. Der ist da! Wer darf denn jetzt nicht mehr aus? Wer sagt der? Der sieht sehr schnell aus. Wie geht es noch weiter? Wuhu! Wuhu! Ich bin nicht mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin ja nicht mehr. Ne, nein, nein. Ich hab neuer. Nein, nein. Das ist da. Ich meine, man kann sich ja auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Wir haben heute noch ein bisschen in der Barschland. Könnt ihr überhaupt noch was? Die heute hier sind dabei. Gute dich. 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 Gute Probe. Genau. Schau. Gute Probe. Gute Probe. Das ist ja so entspricht. Jena auf. Das ist heute sehr 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 sehr. Das sagst du? Aber dann ruckelt es doch im Bild. Ist ja gut. Schön Olli! Der High-Tech-Spieler hat hierher zu kommen. Gelbe Garten ist wieder rüber. Kommt jetzt eigentlich mal an. War das ein Spiel? Ich muss es mal sagen. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Wenn du es halt nur schaffst, dass der Bein dran zu bleiben kann, dann kommt da hinten zum Schluss, dann kommt da noch ein Fein. Mal gucken, was er macht. Mal gucken, was er macht. Von den Rockpool darfst du ja mal besonnen werden. Oder was sieht das Läge-Firge-Werk vor? Ja. Das ist das Serviöse. Ja! 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 Die Kamera, setzt die Fahne. Hast du das gefilmt? Ja. Du hast nicht die Mittellinie und nicht die Kohlstangen. Du hast überhaupt nicht gefilmt. Wir auch jetzt. Ein Leger weg. Gefilmt.